Fitness ist die Grundlage für ein gutes Fußballspiel. Das heißt, es werden immer sehr viele Einheiten, speziell auf die Fitness, abgezielt. Das heißt, es werden schon ein paar Laufeinheiten, Kraftübungen und alles Mögliche gemacht, sodass wir dann auch am Wochenende 90 Minuten marschieren können. Er ist schnell, athletisch, wendig. Seit vier Monaten läuft Phil Ofosu Ayer für den MSV auf und ist als Stammspieler längst kein neues Gesicht mehr für die Duisburger Fans. Der 22-jährige Außenverteidiger hat sich durchgesetzt. Volle Power in jedem Spiel. Aber Duisburg hat es ihm auch leicht gemacht, sich hier wohlzufühlen. Ich habe mich jetzt eigentlich mehr so an 5.000, 6.000 Zuschauer gewöhnt in Erfurt. Und jetzt bin ich hier vor knapp 12.000 Zuschauern jedes Heimspiel und das ist natürlich für mich schon ein super Gefühl. Für Phil ist mit der Station MSV ein Wunsch in Erfüllung gegangen. In Mörs geboren, zieht er erst nach Duisburg, dann nach Wilhelmshaven. Jetzt schließt sich der Kreis. Phil ist zurück im Ruhrgebiet, zurück in der Region, in der er geboren wurde. Was bedeutet ihm das? Um das herauszufinden, habe ich mich mit ihm verabredet. Und zwar nicht in gewohnter Umgebung am Trainingsplatz, sondern in einem kleinen Café mitten in Mörs, seiner Geburtsstadt. Schließlich will ich mehr über den Fußballer mit den ghanesischen Wurzeln erfahren. Und Phil lässt mich nicht lange warten. Wir bestellen die Getränke und Phil trinkt eine heiße Schokolade. So viel habe ich schon mal erfahren. Auch, dass er in den Beruf des Fußballers eigentlich eher reingerutscht ist. Eine Tatsache, die, naja, man könnte fast sagen, nicht alle begeistert. Du hast das mit deiner Mama wahrscheinlich dann auch besprochen, Fußballer zu werden. Was hat die denn dazu gesagt? Ja, die ist bis heute nicht davon begeistert, was ich mache. Klar, sie macht sich halt Sorgen, weil sie weiß auch, dass man als Fußballer vielleicht, also nicht als Feldspieler gerade, vielleicht bis 33, 34, je nachdem, wie der Körper das mitmacht, kann auch natürlich schon früher vorbei sein. Deswegen legt sie mir auch jedes Mal sehr nahe, wenn wir telefonieren, wie es dann mit einer Ausbildung aussieht und so. Und da muss ich immer darauf hinweisen, ja, das geht jetzt nicht gerade, das passt gerade nicht. Nein, das passt im Moment so gar nicht. Erst einmal hat Phil nämlich einen Einjahresvertrag beim MSV Duisburg unterschrieben. In dieser Zeit wohnt er mit seinen Halbbrüdern zusammen, die er erst mit 18 kennengelernt hat. Ich erfahre, Phil fühlt sich hier wohl und wird von seinen Teamkollegen geschätzt. Was würdest du dann sagen, so abgesehen jetzt von deinen spielerischen Eigenschaften, was so deine persönlichen Stärken sind? Ich denke halt, dass ich, wie gesagt, offen bin. Ich gehöre auf jeden Menschen offen zu. Ich bin vielleicht anfangs ein bisschen zurückhaltend oder so, aber wenn man mit mir spricht, dann merkt man auch, dass ich eigentlich ein ganz lockerer Typ bin. Ja, so ein bisschen tollpatschig auch. Ja, ich glaube, ich bin ein angenehmer Zeitgenosse, so würde ich mich beschreiben. Das müssen natürlich andere beurteilen, aber ich würde sagen, dass ich halt, ja, angenehm bin. Zudem bin ich halt sehr, sehr selbstkritisch. Ob er auch so selbstkritisch war, als er vor zwei Jahren entschieden hat, für die Junioren-Nationalmannschaft gar anders zu spielen? Denn sein damaliger Trainer machte Phil mit seiner Entscheidung, nach Afrika zu fliegen, gar nicht glücklich. Wie war das denn damals vom Gefühl, als du dich einfach an den Flieger gesetzt hast? Nee, das war schon, ich hatte schon das Gefühl, dass ich das Richtige tue, weil das war für mich schon eine große Chance. Aber mein Kopf hat mir gesagt, also wenn du wieder zurückkommst, dann knallt es richtig. Und das ist ja letztlich auch geschehen. Aber ich bereue es auf gar keinen Fall. Super Erfahrung gewesen. Und ja, gut, man lebt halt auch nur einmal. Phil sagt von sich selbst, dass er das tut, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Sowohl auf dem Spielfeld, als auch im Alltag. Dennoch legt er Wert auf Disziplin, vor allem im Beruf. Die Tasse heiße Schokolade gönnt er sich trotzdem. Bis zum nächsten Mal.